Peter Ustenhoff war ein britischer Schauspieler und Synchronsprecher. Die Peter Ustenhoff Schule in Eckernförde hatte ihre seinen Namen tragen zu dürfen. Die Schule, am Stadtrat von Eckernförde gelegen, ist leicht mit zahlreichen Busverbindungen erreichbar. In diesem Imagefilm möchten wir euch virtuell durch unsere Schule führen. Ihr werdet erfahren, welche Fächer wir anbieten, was in den einzelnen Fächern gemacht wird und vieles mehr. Wir beginnen mit der Lernzeit. Bei uns gibt es keine klassischen Hausaufgaben, sondern die Lernzeit. Wie diese funktioniert, erklärt euch Frau Möller. Wir haben bei uns an der Schule freie Lernzeiten. Das heißt, dass da nicht vom Lehrer vorgegeben wird, womit du dich jetzt beschäftigen sollst, mit welchem Fach oder mit welchem Stoff du das gerade machen sollst oder wie. Sondern es geht dort darum, dass du das frei selbst entscheiden kannst. Freie Lernzeit also. Das heißt, wenn du gerne im Englischen weiterarbeiten möchtest oder Religion beenden möchtest, was im Unterricht gerade war, dann kannst du das da frei tun. Vielleicht brauchst du auch Hilfe. Dann sind immer Lehrer da, die dir da helfen können. Oder du möchtest mit Mitschülern zusammenarbeiten, Klassenarbeiten lernen. Das ist dort alles frei möglich. 60 Minuten am Tag. Die Lernzeit ist also durchaus interessant, jedoch nicht allein verantwortlich für die Einzigartigkeit unserer Schule. Euch erwarten auch spannende Fachbereiche wie Kunst, Musik, Sport und Informatik. Machen wir nun weiter mit dem Fach Kunst, vorgestellt von Frau Wurm. An unserer Schule nimmt die Kunst einen bedeutenden Platz neben der Musik ein. Wir malen und zeichnen nicht nur, sondern wir arbeiten auch digital und gestalten zum Beispiel plastische Objekte. Im Schulgebäude sind zahlreiche Wände und Säulen zu finden, die von unseren Schülerinnen und Schülern gestaltet wurden. Dazu stehen den Lernenden verschiedene Materialien und Techniken zur Verfügung, sodass jeder nach seinen Vorlieben und Talenten arbeiten kann. Machen wir nun weiter mit dem Fach Musik. Frau Burau, die Koordinatorin zur Orchesterarbeit und Fachschaftsleiterin für Musik wird euch mehr darüber erzählen. An unserer Schule gibt es Musik in den Jahrgängen 5 bis in die Oberstufe. Das heißt, du kannst hier musizieren, du kannst singen, du kannst auf Klavier herumklimpern, du kannst an Gitarren zupfen, du kannst verschiedene Dinge an verschiedenen Instrumenten machen. Und wenn du möchtest, kannst du sogar im Orchester spielen. Und das bedeutet, dass du ein Instrument an dieser Schule lernen kannst, dass Instrumentallehrer an diese Schule kommen, um dich zu unterrichten und du nach und nach immer mehr Profi wirst auf deinem Instrument. So gehört, dass du dann auch in einer Gesamtprobe mit deinem ganzen Jahrgang in dem Jahrgangsorchester Musik machen kannst. Besonders toll sind die gemeinsamen Auftritte, aber auch unsere Orchesterfahrt, die einmal im Jahr für eine ganze Woche stattfindet. Das macht richtig Spaß. Musik ist wichtig. Eine Schule ohne Musik ist möglich, aber sinnlos. Abgesehen vom Musikbereich bieten wir auch andere interessante Möglichkeiten, sich kreativ und aktiv auszulegen. Die Sportmöglichkeit unserer Schule wird euch nun Frau Gut nähern. Hallo und moin. Ich bin Frau Gut. Ich unterrichte Englisch und Sport an der Peter-Ostlinow-Schule. Bei uns spielt Sport eine große Rolle. Wir haben Sport zweistündig in allen Jahrgangsstufen. Und darüber hinaus bieten wir ein vielfältiges Sportangebot in den Mittagsfreizeiten an. Außerdem haben wir in jedem Jahrgang ein Jahrgangsturnier, das von Klasse 5 bis Klasse 13 unterschiedliche Sportarten umfasst. Wir melden jedes Jahr Teams für den Wettbewerb Jugendtrainiert für Olympia und bieten im sechsten Jahrgang Schwimmen an. Wenn die Schüler in Klasse 11 kommen, haben sie die Möglichkeit, bei uns das Sportprofil zu absolvieren. Nun allerdings kommen wir zum Informatikbereich, den euch unser Systemadministrator Herr Pekler erklärt. Ja, wir alle erleben es tagtäglich. Unsere Welt wird immer digitaler. Und glücklicherweise können wir mittlerweile hier an der Schule in der Mittelstufe auch ordentlich Informatikunterricht anbieten. Flächendeckend für alle Klassen. Und da haben wir verschiedenste Projekte. Einiges habt ihr gerade im Video auch gesehen. Die Schüler durften Pac-Man nachprogrammieren. Es geht also auch natürlich um Motivation und um Spaß an der Technik und an der Digitalität. Es geht aber natürlich auch darum, aufs Leben vorzubereiten, da eben die Kombination rauszufinden. Im Moment haben wir uns viel beschäftigt mit Modellierungskreisläufen. Also wie geht man an größere Projekte ran? Wie organisiert man sich innerhalb von Gruppen? Wie gehe ich damit um, wenn ich dann ein Problem feststelle? Welche Schritte geht man? Und das bereitet auch ganz unabhängig von der Digitalisierung natürlich überhaupt auch auf das Leben und alle weiteren Probleme, die einem im Leben begegnen, vor. Das war der Informatikbereich. Klingt interessant, oder? Wenn ihr nun aber eine Abwechslung vom Technikkram benötigt, ist die Freizeitstation der perfekte Ort. Was ihr dort machen könnt und welche Aktivitäten ihr dort ausüben könnt, erklären euch die FSJler Thalia und Kevin. In die Freizeitstation können die Schüler kommen, wenn wir die große Mittagsfreizeit haben. Dort können die Schüler sich viele verschiedene Spieler ausleihen, außerdem Billiardspielen, Tischkicker. Und außerdem bieten wir verschiedene Freizeiten an, also entweder von Lehrern oder von Schülern. Wir haben dieses Jahr auch eine AG von einem FSJler aus der Freizeitstation direkt. Wir haben ebenfalls einen Aktivraum, wo die Kinder ebenfalls hingehen können, bisschen mit dem Ball rumkicken können, auf dem Trampolin hüpfen können, bisschen gegen Boxer kauen, einfach nur ein bisschen um sich auszupowern. Zusätzlich bieten wir hier ebenfalls noch in einer Bücherei, die ebenfalls uns gehört, der Freizeitstation, erschienene Bücher von A bis Z, alles Märchen, Krimis, Romane oder aber auch Bücher extra für gewisse Stunden. Nach der Freizeitstation möchten wir euch den Bereich der Schulsozialarbeit vorstellen. Herr Frank und Frau Keuchel geben euch einen Einblick in ihre wertvolle Arbeit. Die Schulsozialarbeit heißt, alle Schülerinnen und Schüler bei uns an der Schule herzlich willkommen und würden sich freuen, wenn ihr zu uns kommt, wenn ihr Stress habt, wenn ihr Sorgen habt, wenn ihr Probleme habt mit Mitschülerinnen, Mitschülern, Lehrern, wenn es daraus nicht so klappt, wie ihr euch das denkt oder wenn ihr anderen Kummer, Sorgen oder Stress habt. Und wir freuen uns aber auch, wenn ihr so einfach mal bei uns in Raum 150 vorbeischaut zum Spielen und zum Kickern. Nach der Einführung in die Schulsozialarbeit kommt das Projekt ZEITREICH. Dieses Projekt ist eine wichtige Säule unserer Schule und bietet Hilfe für Schülerinnen und Schüler. Frau Burau wird euch mehr über die Ziele und den Ablauf vom ZEITREICH erzählen. Herzlich willkommen, wir befinden uns im ZEITREICH der Peter-Ustiner-Schule. ZEITREICH ist ein Raum, in dem wir als Beratungslehrerinnen und Beratungslehrer Zeit für dich haben. Und zwar dann, wenn du Gesprächsbedarf hast. Das kann alles Mögliche betreffen. Es kann sein, dass du schulische Probleme hast oder auch private Probleme, dass dir irgendwas über den Kopf wächst, dass du Stress hast oder auch einfach mal ein paar Sachen regeln möchtest mit Freunden. Und dann sind wir für dich da. Wir, das bedeutet, wir sind ein ganzes Team aus verschiedenen Lehrerinnen und Lehrern an dieser Schule und auch von der Schulsozialarbeit sind Herr Frank und Frau Keuchel dabei. Außerdem Herr Plath und Frau Vorbach und Herr Linde und Herr Biesterfeld und ich Frau Burau. Wenn es also um irgendetwas geht, was dir Sorgen macht, was dir Kummer macht, dann komm zu uns, mach einen Termin mit uns. Und alles, was du hier in diesem ZEITREICH sagst, das bleibt erstmal hier bei uns. Und manchmal ist es auch so, dass wir auch Experten hinzuziehen. Wenn wir merken, du brauchst noch mehr Hilfe und Unterstützung von außen, dann ziehen wir auch noch andere Leute hinzu. Immer in Absprache mit dir. Wir tun alles, damit es dir an dieser Schule und auch in deinem Privatleben besser geht. Herzlich willkommen im ZEITREICH! Nun habt ihr bereits viele interessante Eindrücke an unserer Schule gesammelt. Aber was ist eigentlich das Besondere an unserer Schule? Das haben wir unsere Schulleiterin Frau Freudenthal gefragt. Was das Besondere an unserer Schule ist? Ich finde, wenn man bei uns reinkommt, dann fühlt man gleich so eine Wohlfühlatmosphäre, so ein Gefühl fast wie zu Hause. Wir kümmern uns umeinander, wir arbeiten nicht gegeneinander, wir arbeiten miteinander. Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft und wir ziehen alle an einem Strang. Und dabei sind wir alle ganz unterschiedlich und das ist auch sehr gut so. Jeder kann irgendwas besonders gut und so können wir von den anderen lernen und von den Stärken der anderen profitieren. Weil alle bei uns ganz unterschiedlich sind, differenzieren wir auch im Unterricht. Bei uns macht nicht immer jeder das Gleiche, sondern kann sich zum Teil Sachen aussuchen, zum Teil sogar Fächer aussuchen und zum Beispiel entscheiden, ob man in der siebten Klasse lieber eine Fremdsprache lernen möchte oder Technik oder darstellendes Spiel. Und kann auch im gebundenen Ganztag aus ganz vielen Freizeitmöglichkeiten das raussuchen, was einem am meisten gefällt. Weil alle so unterschiedlich sind, bieten wir auch alle Schulabschlüsse an. Jedes Jahr machen ganz viele bei uns Abitur. Wir sind da genauso stolz auf alle, die bei uns einen Förderabschluss, einen ESA oder den MSR erreichen. Wichtig ist, dass jeder sein Leben und sein Lernen selbst in die Hand nimmt. Und auf dem Weg ins Leben ist es bei uns nicht nur wichtig, dass man lernt und Wissen anhäuft, sondern wir fördern auch die Selbstkompetenz, die Eigenverantwortung und das Engagement für andere. Wir sind Schule aktiv für UNICEF. Wir sind eine Schule ohne Rassismus, eine Schule mit Courage. Und unsere Schüler zeigen nicht nur ganz, ganz viel Engagement für andere Menschen, sondern auch für ihre eigene Schule. Denn ohne die Initiative und die Idee und die Umsetzung von einigen Zehnklässlern wäre dieser Film überhaupt gar nicht entstanden. Was also das Besondere bei uns ist, das sind die Menschen. Das sind die vielen tollen engagierten Lehrkräfte und unsere vielen tollen Schülerinnen und Schüler, die unsere Peter Osternhoffschule zu genau dem machen, was sie ist. Nachhololide Much answered. Nachhololoide А.